Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige heute Ronny und den Sänger, kasachischen Sänger Dimash Kudaibergen. Genau, ich bin schon sehr gespannt. Gut, denn zu Dimash Kudaibergen habe ich schon mal eine Reaction gemacht zu seinem letzten Musikvideo und diesmal ein Live-Performance bei Miss World 2018. Mal gucken, der hat eine krasse Stimme, eine sehr vielseitige Stimme. Wenn du es jetzt hörst, wirst du echt... Ich bin schon mega spannend, wenn du sagst, er hat eine geile Stimme dann. Mal schauen. Our next performer rose to stardom on Chinese television and stunned the entire world, known for his incredible vocal range, performing an unforgettable day. Please welcome Dimash. Dimash. Ich probiere, wie es so laut ist. Oh, schon richtig an der Anfang. Oh, ich kann, ich kann es auch nicht wissen. Oh, mit den geilen Ideen, mega schön. Oh, ich will. Ich bin schon sehr gespannt. Ohau. Oh, ich kann es jetzten, 16.400$. Wie ist es schon erwarten, ein Inhalts, 18.400$? Ohhhhh. Oh, ich kann es sich so récestraat finden. Es hört sich vor, wie sich da hält. Ich finde es interessiert, was der Große singt. Wie lange er das so ziehen kann? Wie hoch er singen kann da. Ja, ja. Ziemlich gar so ein Hochzeitslied eigentlich. So mal eine Frau in dem Abend. Bei ihm ist das krass. Er kann echt so hoch singen. Und er kann voll tief singen. Jetzt gibt er alles noch was. Kommt mir auch noch raus. Und das ist ein Zeit, muss auch gehen. 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 Okay, cool. Ich schreibe die Zwischenzeit. Immer langsam krass. Ich weiß, dass es eben für Frauen immer mit der Ruhe ist. Ja. Wow. 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 Getschmerzen aus. What the... Wow. 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 Oh my... Fuck! Oh my god! Fuck, was ist das? Fuck! Oh my god! Diese Stimme... Shit! Was ist das? Du kannst echt denken, das sind so vier, fünf verschiedene Personen, die singen. Aber alles kommt aus einer Person raus. Krass! Was ist das? what the fuck is? Was ist das? Oh my god! Was ist das? Das ist das Tolle, die du sahst. Kasachstan! Das war ein Dimash. Krass. 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 Also ich habe gewartet, aber dann gegen Ende, was er da rausgehauen hat, das war echt Hammer. Ja, wo die ganze Dame gekommen ist und dann hatte so alles rausgehauen. Genau, das war echt mega gut. Hat eine besondere Stimme, das finde ich nice. Die ist mega so unerwartet. Wie gesagt, der kann so hoch tiefsingen, aber so krass. Deswegen. Gut. Nice. Falls euch das Video gefallen hat, vergisst nicht zu liken. Genau. Abonnieren. Und falls ihr mehr Vorschläge habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Und sagen dann mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.